Ich bin 1967 im Herbst nach Frankfurt gekommen und ich muss sagen, nach Düsseldorf war das eine befreiende Stadt für mich. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, also in den Nachbarhäusern und so lebten ganz viele Ausländer. Und naja, erst habe ich mir gar nichts dabei gedacht und so. Und dann habe ich aber gemerkt, wie die Deutschen Abstand hielten und wie diese Häuser immer mehr verslumpen. Nun muss man wissen, in Deutschland gab es eigentlich keine Slums, nicht so wie in England oder in Amerika, sondern die Leute, die in den Häusern wohnten, die putzten und machten es zumindest sauber und so. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt denn das jetzt? Und dann bin ich ganz schnell dahinter gekommen, dass für die Infrastruktur dieser Häuser ja gar nichts mehr gemacht wird. Das waren, sagen wir mal, im Westend vier Familienhäuser und da gab es eine Mülltonne. Also früher für vier Familien mit vielleicht zwei, waren zwei Alte und dann in einer Etage wohnten vier und das waren dann Achte und dann waren maximal zehn Leute da. Aber jetzt waren ungefähr 40 oder 50 Leute in solchen Häusern und es war auch nur eine Mülltonne da. Also es musste, es musste ein Wille dahinter stecken und der war auch ganz klar, das war auch ganz klar beabsichtigt. Die Spekulanten, die diese Häuser hauptsächlich immer erst mal die, die Eck, die Ecken wurden gekauft und dann wurde das, also die Nachbarn zogen dann irgendwann aus. Die Leute haben ihn nicht behagt, nur Männer und die sahen so dunkel aus. Oder schreiende Kinder, wo die Mütter dann am Tag auch nicht da waren. Oder dieser fremde Essensgeruch, der über die Straße wehte und so. Also dafür konnten ja die, sagen wir mal, die türkischen Bewohner da in diesen Häusern nichts. Das war ihr Leben. Aber die Deutschen waren da sehr empfindlich. Aber der Dreck, der Müll, die Ratten liefen über die Straße dann irgendwann und so. Und dann habe ich gemerkt, also Sonntag treffen die sich alle auf dem Bazar, sagen wir mal, im Bahnhof. Und da flanierten sie dann und trafen Freunde, also die Filimus aus Griechenland und die Freunde, die Familienangehörigen, die vielleicht in Hanau wohnten und die dann am Sonntag kamen. Also der Bahnhof war einfach der Sonntag für die Gastarbeiter. Ja. Ja.